Herbstlich Willkommen im Handelsleuten Renault holt auf und Tesla wird das Nachsehen haben. Renault ist ein traditionsreicher französischer Autohersteller, der von seinem letzten Manager ausgeblutet wurde. Das neue Management setzt alles daran, Renault zurück auf die Erfolgsspur zu fahren. Verkehrsschranken gibt es jedoch zur Genüge. Tesla ist ein neues Unternehmen des Erfolgsunternehmers Elon Musk. Investitionsmittel zu retten dürfte Teslas kleinstes Problem sein. Jedoch entwickelte sich Tesla zu einem so heißen Papier, dass sogar Elon Musk bereits von einer Blasenbildung spricht. Wenn die übertriebenen Hoffnungen der Anleger nicht erfüllt werden, muss sich der Aktienkurs von Tesla irgendwann dem zugehörigen Buchwert neigen. Zur Vertiefung legte ich zwei entsprechende Kalkulationstabellen bei. Und zum Abschluss ein kurzer Vers zu Renault und Tesla. Die Autobauer haben es schwer. Und keiner versteht es mehr. Wir konnten dieses jemals so weit oben fühlen, wo sie die ganze Zeit im Dreck herum wühlen. Was die Zukunft bringt, weiß niemand. Es bleibt nur Rätseln und man ist gespannt. Treffen Zukunftsprognosen wirklich zu? Das weiß man erst hinterher. Ich wie du. Achtung, dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als kauter Verkaufsempfehlungen zu verstehen.